Ein königlicher Experte bezeichnete Meghan Markle als verräterisch, da sie in ihrem Interview mit Descartes eine Reihe kaum verhüllter Drohungen ausgesprochen habe. Meghan Markle hatte mit ihren Äußerungen gegenüber Descartes für Kontroversen gesorgt. Einige Kritiker interpretierten die Äußerungen als kaum verhüllte Drohungen gegenüber der königlichen Familie. Das Interview wurde Ende August 2022 veröffentlicht, nur wenige Tage vor dem Tod der Königin. Darin sprach Meghan über ihr Leben in Kalifornien, nachdem sie sich von ihren königlichen Pflichten zurückgezogen hatte, und gab bekannt, dass sie keine Geheimhaltungsvereinbarung, NDA, unterzeichnet hatte, die sie daran hindern könnte, sich zu äußern. Sie gab auch bekannt, dass sie bei ihrer Rückkehr zu den Feierlichkeiten zum Platinjubiläum der Königin in Frogmore Cottage ein Tagebuch gefunden habe, das sie während ihrer Zeit als Mitglied des Königshauses geführt hatte. Roja Necker, Royal-Redakteurin der Sunday Times, analysierte Meghans freizügige Kommentare in The Royal Beat von True Royalty TV. Roja erklärte, die kaum verhüllten Drohungen, die in Meghans Interview mit Descartes, kamen. Ich denke, sie hofft wahrscheinlich, dass es sich für die königliche Familie bedrohlich anfühlt. Aber, ich denke, es gibt viel Augenrollen und man denkt sich, wir sind mittlerweile daran gewöhnt. Aber, dieser Satz, ich habe viel zu sagen, bis ich es nicht mehr tue, und, ich habe nie etwas unterschrieben, das mich am Reden hindert, da war eine sehr starke Schlussfolgerung.